Hier sehen wir das alte Hotel, wie es ganz früher ausgeschaltet hat. Und hier seht ihr das neue, komplett hier die Rezeption und die komplette Eingangshalle. Und hier habt ihr dann Eingang, wo man die Autos abgeben kann. Hier hinten ist eine Bahn, hier die Aufzüge und hier hinten geht es dann ins Restaurant, Frühstücksrestaurant und Abend. Und hier geht man dann direkt raus zum Pool. Und die Rezeption sind einige Damen aus Deutschland, die auch Deutsch sprechen. Das ist doch schön hier. Im Rio ist es sehr europäisch. Hier oben hat man eine Bar, da kann man dann schön sitzen abends und noch was trinken. Oder man kann sich draußen hinsetzen.